liebe leute willkommen zurück die bärtige frau haben wir in der letzten folge weggekriegt von der landkarte getilgt und jetzt geht es hier weiter armee bewegen das habe ich leider in der letzten runde nicht gemacht er ist hier im gebiet des gegners das heißt die bewegung immer raus wieder weil es nur noch mehr so auf uns wir wollen erst mal noch keinen weiteren krieg wir wollen erst mal die unterwelt erkunden und hier in der oberwelt auf unserem kontinent hier alles reinigen was wir können er ist hier fertig dann kann er hier auch schon mal runtergehen und hier eine straße bauen aber noch der hier bewegt sich hier nach morgen zu dem knoten punkter genau und ja das ist die einheit hier genau der magier kann tatsächlich erstmal darüber und die bleiben erst mal diese runde da an ort und fleck wir haben wir auch noch plätze für zwei leute ich muss mal die armenien haben wir das ja nicht verstärken hier wir haben aber jetzt immerhin ein paar hochschlubigen kriege einheiten mich bewegen ach so dass der siedler über der datistag grenze schneiden ja auch weiß gar nicht dass sie alles umzingelt hier mal schauen ob ich hier eine stadt errichten kann kann ich nicht wie schon vermutet dann kannst du dich tatsächlich hierhin bewegen dann schauen wir mal hier eine stadt errichten wird wir hier eine zweite machen so amie bewegen du bist ja unser held unsere heldin jetzt hast du endlich mal jetzt eine people gefunden das haben wir hier am stein 2 skarabin oder zwei käfer ein priester sehr gut ein bolzreiter einen normalen bogenschützen naga naga ist unsere schwächste einheit hier glaube ich kaputt und ein pikken hier dann sollt ihr mal hier in diese richtung gehen und hier alles aufräumen was da hingehört was haben wir hier noch die neue heldin genau hatten ja schon mal weiter bewegen dann und wir wenden zurück liebe leute drei runden haben wir ja einen weiteren helden aber du bewegst dich erst mal hier wobei hier kann ich direkt schauen mal ob ich was ich weiter so bauen kann nichts mehr das ist eine knoll das heißt wir werden hier tatsächlich auf handel zu angehen mehr geld fürs volk parkplatz in hotland schaut super aus hier passt alles sehr gut hier werden zwei bogenschützen gebaut für was eigentlich also einer kann ja hier noch rein und den zweiten brauche jetzt nicht unbedingt vielleicht für die für die neue armee oder so wollen wir da tatsächlich bogenschützen so viele haben wir sind ja nicht so hoch entwickelt einer reicht dann machen wir erstmal siedler und dann versuchen wir die die stadt hier weiter aufzubauen hier ist ein weiterer volks weiter fertig dann kann auch mal da bleiben wurde auch handelswaren umgestellt wir haben 82 goldbrüche runde wunderbar neun bogenschützen pro stunde wollte ich schon sagen nee nee wir sind hier nicht in supremacy das hier okay und ein katapult wurde weiter gebaut so orakel magier paladin da wieder magier ich bin ja mindestens alle armeen mit diesen litte einheiten ausrüstern irgendwie dann schicken wir mal dahin hast schon armee bewegen du kannst hier weiter erkunden auch da ist schon wieder eine stadt von dem achten hier du bewegst dich du bewegst dich auch und dann kannst du hier so lang so die bewegen sich auch okay und wer hier hat endlich mal die straße gebaut hat ja ein paar jahrhunderte gekostet starte bauen bitte du bewegst dich da richtung knoten punkt sehr gut und du bist eine einheit die frei ist und du wirst hier einfach mal bewachen und du wirst hier noch weiter erkunden hier ist nichts mehr scheinbar dann können wir hier dieser armee auch weiter nach norden ziehen hier eigentlich der bauarbeiter okay weil ich hier noch einen weiteren bolz weiter ein basteln das hier glaube ich was anders irgendwas starkes sein tun da du gehst dahin okay genau siedlung 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 geht nicht da kann ich nicht hin weil da ist noch irgendwas aber hier kommt ja diese einheit demnächst an dann solltest du mal warten war der ersatz hält sozusagen er kann schon mal hier hingehen beide sollten erst mal direkt magier genau den wollte ich ja wollte ja eh dahin schicken dann passt das gehe erst mal hier lang und dann werden wir den zukünftige leute diesjährige entfühlt schlecht aus und viele provinzen werden von einer hungersnot geplagt ich muss den ausgang akzeptieren ja ok zwei nahrung pro runde für die dauer des ereignisses und wir haben das auge der natur erforscht wir haben noch plus fünf nahrung passt doch moment ändert sich vielleicht da kommen die ersten fliegenden einheiten die uns entgegen wir haben ja schon sehr ähnlicher gesehen in der unterwelt wir haben immer noch plus vier nahrung also das scheinbar gar nicht so schlimm diese vorfall da oder dieses ereignis wir forschern weiter das ist die ebene reise alle verbündeten einheiten im zielfeld werden in die andere ebene der existenz hat die einheit dort im kampf landen oder im gebiet dadurch nicht erreichen kann es klingt der zauber also ich kann da hier jederzeit in die andere welt glück führen das machen wir dann auch gleich wird sich gut an außen post das gewachsenen lottok dann können wir hier mal gucken wir sehen können wir gar nicht so viel bauen deswegen lohnt sich gar nicht diese anderen siedlungen von den anderen zu ja bauen aber ihren schwerkämpfer rein und hier so einer zeug schmiede architektenhalle und so weiter und dann sollte hier so will wachsen werden aber wie gesagt keine mehr bauen von denen leider wie es mir schon gedacht hat der bauernmarkt wurde hier gebaut okay da ist noch jede menge zeug im baum hier ist wenn man tatsächlich noch was in die wege leiten hast du ja hier gibt es in zwei runden den knollbogen schützen und dann wird noch was gebaut okay dann kann man vielleicht nicht kann man gar nicht warten wir erst mal ab armee bewegen das mache ich immer gern ich würde mal sagen wir bauen erst mal die straße die richtung der ehemaligen hauptrat von der wertigen bianca hier gehen wir mal raus aus dem einflussgebiet hier die armee ist eigentlich ready damals hat wir gehen hier eigentlich schon frei wenn wir das das theoretisch erobern spannend 100 prozent geringe verluste ich mach das mal lieber selber ich will gar keine verluste ich will 0 prozent hoffentlich geht das auch hin okay das schaut schon mal schlecht aus die greifen uns an hier wie die wahnsinnigen gott sei dann haben sie nicht den bogenschützen hier noch mal angegriffen muss ich also erstes direkt mal zauber sprechen und zwar erst mal der priester noch mal den hier heilen so anhalten wir den bogenschütze sehr gut und jetzt können wir auch was machen und zwar der bogenschütze soll mal hier schießen 20 prozent überall hier waren wir haben uns hier also angeschossen wegen werden die als erstes der katapult er hat sogar 30 prozent ja super schießt man da drauf und schon sind die feen weg dem lustigen geräusch dazu ihr geht mal hierhin dann schauen wir mal der priester hat das schon gezaubert genau der kann sich nicht bewegen scheinbar was ist denn überhaupt noch frei hier die naga ist okay dann sollen die sich schon mal bewegen und die pikern ihre sind auch frei und sie kann vielleicht auch diesen hügel hier und dann war es das auch nächste runde bitte die sind echt nervig diese fehl schauen mal ob wir vielleicht am besten noch eine einheit gleich hochheilen und die bogenschützen hier sollen wir nicht darum gehen der hat ja nur noch fünf der kann nichts mehr machen ja nur einmal heilen wenn da muss ein level absteigen wahrscheinlich damit er mehr machen kann heilung von denen genau hier können sie weiter richtung spinnen bewegen moment erst mal schießen würde ich sagen da kann man hier auf diese komischen feen weiter drauf war dann 30 prozent immer noch okay ja sehr gut war nervigen wie ich ja echt zehn prozent haben wir glück gehabt dann haben wir schaden gemacht dann sollen die wolfsreiter hier mal stellung gehen können sich bewegen 3 1 2 3 das ist können die nagers angreifen dann sollen sich die nagers hier hinziehen die können noch nicht angreifen dahin dieser können aber schießen fällt mir gerade auf 13 prozent auf die fehlen und wer sehr gut die fehlen sind bald dauern du kannst hier gehen leider nicht killen aber du könntest hier die einheit schon mal bitte anknackst und noch mal jawohl weg sind die blöden spinnen kein der mensch gefressen da muss das sein und mehr kann ich machen wir noch einmal an diese blöden gehen hat sogar schaden verursacht na gut der priester soll mal auf die gehen schießen hier weg sind sie die heftigen viecher so dann machen wir hier die spinnen und die katapulte war dann auch noch auf die katapulte nicht stark also alle mit level 1 von 30 prozent ist cool wobei ich lüge die haben ja level 2 weil sie da weil sie den boni mitgeklickt haben beim bauen die amazone soll mal jede spinnen auch ihr killen jawohl ordentlich damage gemacht was machen die hirschgefers hier so ein schaden okay nicht so berauschend den nagas kann ich glaube ich kann nicht mehr angreifen das war's ja dann schauen wir mal irgendwas verlieren noch nicht dann können wir die hier runter schießen katapult bitte leider nicht getroffen die bogenschützen auch nicht an die priester man irgendwie trifft hier nichts wo ist denn unsere helden da die personen die soll mal hier schlag tätigen jawohl weg sind sie rum erhöht wir haben gegenstand erhalten nachkampfang angriff bonus okay hochmenschen pikiniere ach wisst ihr was ich vergessen habe die ganze zeit ob ich der neuen helden eventuell hier geben kann doch der kampf angriff bonus tod sichere entfernung also lieber sie als gar keiner und hier nachkampf angriff bonus können wir mal der hier geben er hat ja schon einen mit nachkampf angriff und einrüstung bonus wobei jetzt wird vielleicht mehr sinn machen weil die wir dauernd abkratzen die hier vielleicht das mit dem rüstungs bonus krieg und die hier kriegt eben den stab und wenn ich eventuell ein magier krieger dann würde er den kriegen weil das ist ein heiler also der macht mit der fernkampf angriff macht und wobei die greift wahrscheinlich auch an oder ich weiß es nicht immer gespannt bin mal gespannt haben wir bewegen hier wenn sich dahin bewegen und dann demnächst sich mit dem magier bei einen du kannst hier ein bisschen erkunden und hier auch noch mal genau hier sind kleine insel aber da stand nichts größer das scheinbar jetzt mal vielleicht doch erstmal an die küste schauen was da ist er ist bald in stellung gott sei dank so und die truppe muss hier noch verstärkt werden hier sehr ähnlich zu erobern bis auf den fleck hier monster unterschlupf er sogar mit feuer elementar also die greift man nicht an jedenfalls noch nicht da werde ich erstmal hier verstärken bevor ich die angreife armee bewegen macht das sind da wartet mal du bist unsere neue magierin du bewegst dich mal hier in dieser truppe hier rein und dann schauen wir mal der ziedler bewegt sich da irgendwo hin hat der kult haben wir noch einen start die einheitlichen katapult hat ja kein katapult hat gerade eine schlacht geschlagen auf den katapulten dann werde ich mal hier lassen dahin gucken wir mal nächste runde in welcher spielzug da kommen die komischen vögel bleiben die uns an die unten bewegt sich irgendwas wir haben tun der meuchler gesporen das ist jetzt kein magier irgendwie magier möchte ich gar nicht haben irgendetwas ein schwacher kämpfer und so weiter dann lösen wir auf adios schön dass wir die bezaubert haben und dann unser maler verschwendet haben dann gucken wir mal kurz sind die ich hier rein will noch nicht speichern wir haben zauber fertig hatten inzwischen noch 74 wir haben 662 mal gesammelt mal ein bisschen weiter was schon das aber weg den typen machen kann man oben schützen haben wir hier am start in ente lernt was wird er gebaut ein siedler okay so und die bald kunden gilde wurde hier gebaut okay kann man hier noch irgendwas machen wir die alchemisten gilde direkt oder alchemisten gilde armee bewegen du gehst mal da lang er hat da noch eine stadt und du hast du schließt dich mit dem katapult zusammen irgendjemand so du hast schon katapult vergisst es hat der pult geht doch da lang und du hast ja schon katapult dann haben wir hier nichts mehr zu erobern oder nee oder hier was das uralter tempel das wird vielleicht interessant ich sehe hier muss ich auch wieder wege bauen wir haben ja hier mehrere städte gebaut aber der people hier wenn er fertig ist dann kann er hier das auch machen armee bewegen du schließt sich der magier schließt sich jetzt hier an anpasst das ihr könnt euch dann noch bewegen und zwar ein feld gehen wir mal richtung hier was zu erobern hier ist aber erobert worden und wo war das mit dem hier kann man runter gehen okay dann sollen die hier hier bewegen und dann in die unterwelt gehen weil ich habe hier kein katapulten aber der hier der theoretischen bogenschützen rausschmeißen okay dann machen wir das doch anders leute möchte das hier ordentlich machen und wo ist dann unser katapult er soll sich hier bewegen genau da auf dem berg und der augenberg und dann passt das schon so armee bewegen ein bisschen optimieren muss schon drin sein hier ist irgendwas normalen sperrkämpfer beritten der bogenschützen baden sperrkämpfer berserker hat die hauen schon ordentlich rein scheinbar ob alle level 2 ja wenn wir krieg gegen den haben bin ich mal gespannt wie der wird es sich so entwickelt so du brauchst weiter richtung südern wollen ja hier alles besiedelt demnächst du bist dann der nächsten und auch endlich mal soweit und hier wir haben gesagt ihr bewegt euch mal ein bisschen würde man sagen hier hin damit wir euch noch verstärken und dann werdet ihr auch action haben der siedler der erwartet mal wobei jetzt haben wir ja hier den platz hier frei ne geh mal dahin dann kannst du nächste runde dann versuchen deine stadt zu gründen und du bist hier wo schließt sich mal diese armee an hier okay da haben wir jetzt verschiedene einheiten womit die es auch haben so will der wird so diversifiziert ich kann das wort nicht mehr aussprechen so und ihr moment das wollte ich nicht ihr bewegt euch demnächst dann mal da in die richtung würde ich mal sagen und dann beenden wir den zug aber erst in der nächsten folge liebe leute ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zur nächsten folge macht es gut tschau